Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt heute noch vorhabt. Es ist toll, dass ihr euren Sonntag heute hier mit uns verbringt. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, viele tausend Menschen haben sich dort schon auf den Weg in den Wald gemacht. Ich lade euch alle ein, zückt euren Personalausweis. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Wald, da wo wir eigentlich auch hinwollen, ehrlich gesagt. Wer mit mir gehen möchte, ich gehe auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch zwei andere Dinge. Michael sagt gleich auch noch was, was sein Plan ist für heute, auch ganz wichtig. Es ist ein Walsspaziergang. Ich möchte aber auch noch sagen, es gibt noch etwas anderes heute, eine Aktion. Der Katholikenrat des Kreises Düren, der trägt heute das Friedenskreuz aus dem Aachener Dom. Einmal durch den Ort Mahnheim, der liegt dort, der noch abgebaggert werden soll und auch durch den Ort Morschenich. In Mahnheim beginnt es um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche und man trägt das Kreuz zur Grubenkante. Und ab 16.30 Uhr wird man von Morschenich, von diesem Wegekreuz, wo wir nicht hingelassen wurden am letzten Sonntag, das Kreuz getragen zur Kirche in Morschenich. Die wird zwar nicht rein dürfen, aber da gibt es auch die Möglichkeit. Also alle, die daran Interesse haben, sind herzlich eingeladen. Es ist keine Demonstration, es ist eine Prozession, also ohne Banner, Plakate. Darum hat der Katholikenrat gebeten. Aber ich finde auch das gerade jetzt ein wichtiges Zeichen, denn das Friedenskreuz aus dem Aachener Dom ist immer dort, wo Unfrieden herrscht. Und der herrscht hier, man kann es sehen, wenn man einen Wald, wenn man die Zerstörung eines Waldes nur dadurch schützen kann sozusagen, dass man Polizei rundum steht und uns Bürger nicht reinlässt, da ist doch was faul im Staat. So, es gäbe viel mehr zu sagen, wir werden vieles vergessen, aber es gibt auch in den nächsten Tagen und Wochen viel zu sagen. Es gab auch positive Meldungen diese Woche bei all dieser Traurigkeit, bei all dieser Tragik. Es gibt eine Firma hier aus der Nähe, die verleiht Hebebühnen, große Hubwägen. Und diese Firma, und ich sage den Namen einfach, die Firma Gerken hat gesehen, was mit ihren Hebebühnen im Wald passiert und hat sofort alle Hebebühnen zurückgezogen. Wir brauchen mehr solche Firmen. Das war sehr mutig von dieser Firma, gerade in dieser Gegend hier. Also wenn ihr mal eine Hebebühne braucht, Gerken bitte. Und dann hat der RWE gesetzt auf den nächsten großen Hebebühnenverleiher, da weiß ich den Namen jetzt gerade nicht. Und die haben auch gesagt, nein, ihr kriegt sie von uns nicht für dieses Verbrechen, was ihr da durchführt. Und das ist ein kleines Zeichen dafür, dass diese Bewegung immer größer wird, dass viele Menschen merken, es ist Zeit umzukehren. Das hatte alles irgendwann mal seine Berechtigung, aber nicht mehr im Jahre 2018. Und was mich am allermeisten enttäuscht, ist die nordrhein-westfälische Politik. Gut, von Herrn Reul habe ich nichts anderes erwartet. Aber ich als Aachener oder gefühlter Aachener schäme mich für unseren Ministerpräsidenten. Dessen Aufgabe ist nicht nur für das wirtschaftliche Wohlergehen einzelner Konzerne zu sorgen, sondern seine Aufgabe ist auch für den Frieden im Lande zu sorgen. Und er versagt, er komplett. Herr Laschet, kommen Sie bitte hier hin! Denn wegen dieser verfehlten Politik, da werden, ich sage es jetzt nochmal, es stehen viele Polizisten da und ich finde es auch wichtig, dass sie das auch hören. Die Polizei wird missbraucht für die Durchsetzung einer völlig verfehlten und verbrecherischen Politik. Das kann nicht Aufgabe unserer Polizei sein. Wir alle zahlen diesen Einsatz. So, und es gibt natürlich viele Menschen, die viel zu sagen haben und wir geben auch möglichst vielen Menschen das Mikrofon. Neben mir steht der Todde. Todde kennen viele. Filmemacher, Fotograf, lange, lange hier engagiert und er bittet um das Mikrofon und ich gebe es ihm. Ich wollte nur in diesem Zusammenhang sagen, dass hier seit Wochen ein absoluter Psychoterror stattfindet. Polizeitransporter stehen nachts im Wald, machen ihre Lautsprecheranlage an und spielen Sachen ab wie Kettensägengeräusche, der Ritter Walküre von Richard Wagner, Flipper, Affengeräusche, nur um die Leute hier mitten in der Nacht total fertig zu machen. Und einer der letzten Einsätze war in dieser Nacht. Ich habe einen Anruf bekommen aus dem Wald, das Räumpanzer reinfahren, das schwere Maschinen reinfahren. Ich habe sofort beim Polizeipräsidium angerufen, da hat man mir keine Auskunft gegeben. Ich habe da mit dem Kontaktbehandel gesprochen und habe von ihm verlangt, mir sofort Auskunft zu geben. Er hat sich dann zurückgemeldet und hat gesagt, ja, der Grund sei, es wäre ja eins der verfüllten Löcher mit Beton abgesagt und man müsste jetzt mitten in der Nacht da reinfahren und Beton in dieses Loch füllen. Eine unglaubliche Frechheit, das ist Terror pur und es darf nicht so weitergehen. Das muss aufhören, sofort! So, jetzt wird das Wetter langsam so, wie es angekündigt war, Zeit für uns, uns jetzt endlich in Bewegung zu setzen. Wir hatten das ja gar, genau, ein Hinweis hier noch von der Rechtshilfe natürlich, vom Holger und seinen Kollegen. Wenn ihr gleich in den Wald geht, wenn ihr das wollt, dann tut das, nehmt euer Recht wahr, aber passt aufeinander auf. Geht bitte nicht alleine, geht in Gruppen, seid achtsam, das ist ganz wichtig. Ihr werdet da unbeschadet rauskommen, aber ihr müsst auf euch aufpassen. Immer wieder gab es in den letzten Tagen, auch gestern, Zwischenfälle, ich habe einen live erlebt, wir wurden relativ freundlich an einer Stelle kontrolliert und durchgelassen und 20 Meter weiter wurden Menschen, die in den Wald wurden, vom Pferd aus niedergeknüppelt. So was passiert hier auch, das sind vielleicht wenige Fälle, aber sie müssen nicht sein, sie müssen sofort aufhören. Passt auf euch alle auf. So, jetzt gibt es noch die Nummer. Michael, der Polizeipräsident ist ja auf der Wiese, jetzt hier dazwischen. Okay, ich höre auch, dass der Aachener Polizeipräsident hier ist. Herzlich willkommen, wenn er denn zum Dialog da ist. Ich weiß es nicht, wie er begrüßt wird. Ich habe, ja, ich, ja, ich kommentiere das nicht, er ist auf jeden Fall hier. So, das ist eine Info. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt geht es in Bewegung. Jetzt haben wir ja gesagt, es gibt jetzt mehrere Richtungen. Hier steht ein Polizeiauto neben dem anderen. Das ist leider gar nicht so gutes Wetter. Ich stehe überall dran. Aber ich glaube, wir können ja in den Wald. Ich werde dich wieder lassen. Den Mutter laufen lassen.